Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Heute zeige ich euch japanisch Gemüse Tempura. Diese Recep in japanisch Lestern ist sehr beliebt. Heute zeige ich euch kleine Tipp, wie kann man zu Hause machen aus so Krusprig. So lecker. So, machen wir anfangen. Zumindest machen wir Wasabi-Sauce. Ganz einfach und so würzig. Tamari. Reis Ecik. Japanisch Wasabi. Und Wasser. Alle zusammen mischen. Und ein bisschen Gelroß und Sesam. Ganz einfach fertig. Weiter schneiden die Süßkartoffeln. Die Süßkartoffeln sind gut gewascht. Deswegen kann man das Haus essen. Die Süßkartoffeln haben nicht zu lich. So ist das Beste. Wenn es zu lich ist, ist es sehr schwierig zu garen. Wenn es zu dünn ist, ist es nicht angenehm für Essen. Und die Bohnen haben wir jetzt noch eine Zeit geschnitten. Und die Bohnen haben wir jetzt noch eine Zeit geschnitten. Und aus dem Biss haben wir schon geputzt. Jetzt mache ich den Teig. Temporal dieser Teig. Wie machen wir einen Krusprig? Mit dem Ding kann man mit Frittieren eher ein bisschen weich. Deswegen muss ich mit ein bisschen Kartoffeln Steak. Kartoffeln Steak machen ein bisschen fest. Wenn fest und weit zusammen, ist es zu fest auch. Deswegen brauche ich Backpulver. Backpulver macht diesen Teig total luftig. Wenn Frittieren macht er einen Krusprig. Das ist wow. Und noch jagen zusammen mit diesem Teig. Das ist ein ruhiger Umami-Gesmack. Perfekt. Linker Mehl dazu. Kartoffeln Steak dazu. Backpulver. Noch die Gemahlen. Die Gemüse eigentlich ist kein Salz. Die Würze ist vom Teig bekommen. Deswegen brauche ich ein bisschen mehr Salz und Pfeffer. Mach einen würzigen Teig. Das richtige Punkt. Und Wasser dazu. Die Wasser sollte kalte Wasser. Die Gemüse ist sehr flüssig. Und sich sofort die Luft bekommen. Das ist vom Backpulver. Einfach. Jetzt kann man aufbacken. Zuerst. Die Ölnüsse in der Pfanne erhitzen. Man muss ein bisschen warten. Bis das Öl heiß ist. Okay. Die Flütt we Sung Nein L sammeln. Die Flüttze ist sehr flüssig. Du weißt. Damit darfst du mal Fremzen? Man muss ein bisschen. Serfen Napoleer. Wenn es der Pfanne Gel- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020